Max, macht Quatsch! So Mädels, seid ihr bereit? Na klar! Auf jeden Fall! Wo ist der Drummer? Hast du wohl nicht Bescheid gesagt? Musst du immer singend antworten. Wenn du damit nicht aufhörst, tauschen wir dich direkt aus. Denkst du echt, du findest noch einen? Glaub mir sicher, da geht es keinen. Würdest sicher nur noch einen. Brauchst du nicht mit meinen Reimen. Nein, 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 bitte. Du darfst bleiben, aber... Kein Rap. Dachte ich mir. Moin Jungs, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Ach ja, sieh mal wer da kommt. Schön, dass du da bist. Was soll das? Was denn? Sind das Töpfe und auch Deckel? Ey, du hast gestern gesagt, lass uns eine Band gründen. Wo zur Hölle hätte ich jetzt gestern noch ein ganzes Drumset hergegeben sollen? Du und deine irrwitzigen, ich werde berühmt, Kurzschlussideen wieder. Wieso Kurzschlussideen? Damit werden wir die Massen anziehen. Ich zieh dir gleich einen Topf über den Deckel. Häng halt deine Töpfe fertig auf, wir müssen üben. Los geht's. Also, bereit? Bin dabei. One, two, one, two, three, four. Ich kann gar keine Noten lesen. Oh, Leute, das ist ja mega. Was zur Hölle soll ein Akkord sein? Leute, mein Hals tut weh. Äh, okay, neue Ideen. Wir werden Comedians. Oh, ja, gute Idee, da habe ich direkt einen. Was entsteht, wenn ein Vogel auf ein Klavier kackt? Ein Kurzflügel. Dankeschön. Lasst mir doch einen Daumen da, ein Abo wäre wunderbar. Klickt aufs nächste Video, ja, da wäre ich richtig froh. Tschüss. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017